Es gibt Freude im Himmel über einen Sünder, der Busse tut, Jesus Christus predigte über Vergebung, und er erzählte die Geschichte eines verlorenen Sohnes, um seine Predigt zu unterstützen, Jesus Christus predigte über Vergebung, und er erzählte die Geschichte eines verlorenen Sohnes, um seine Predigt zu unterstützen. Der verlorene Sohn erbte seinen Vater, als dieser noch lebte. Er bedrängte seinen Vater, bis er ihm sein Erbe gab. Währenddessen brachte der Junge all seine Reichtümer in ein fremdes Land, wo er sie innerhalb kurzer Zeit verteilte. Doch schließlich erkannte er seine Fehler und beschloss, nach Hause zurückzukehren. Er bat seinen Vater um Vergebung, und sein Vater reagierte gut darauf. Sein Vater sagte, holen Sie das beste Gewand heraus und ziehen Sie es ihm an, und stecken Sie ihm einen Ring an die Hand und Sandalen an die Füße. Und bring das gemästete Kalb hierher und töte es, und lass uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist gefunden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Lukas 15, 22-24 Lektion Gott vergibt gern jedem Sünder, der seine Sünden bereut und sich ihm zuwendet. Tatsächlich werden sowohl Gott als auch seine Engel ihre Tanzschuhe tragen, und sie werden sich für den Mitmenschen freuen. Jesus sagte, ich sage euch, ebenso wird es im Himmel mehr Freude über einen Sünder geben, der Busse tut, als über 99 Gerechte, die keine Busse brauchen. Lukas 15 7, das Gebet, lieber Gott, ich weiß, dass du die Sünder liebst, aber du hast ihre Sünden, deshalb bin ich entschlossen, meine Sünden aufzugeben und zu dir zu kommen. Ich bereue all meine vergangenen Fehler, und ich bereue sie. Von nun an werde ich ihnen von ganzem Herzen und mit all meiner Kraft dienen. Ich werde mein Bestes tun, um ihren Anweisungen zu gehorchen und ihnen zu gefallen. Bitte schreiben sie meinen Namen in das Buch des Lebens, und halten sie mich für würdig, an ihrem Königreich teilzuhaben. Denn im Namen Jesu Christi spreche ich meine Bitten aus. Alle Amen.